Guten Abend. Aktuelle Meldungen zum Tage. In Saudi-Arabien ist es heute in den frühen Morgenstunden den aufständischen Truppen gelungen, die Hauptstadt Riad einzunehmen. Hallo, Willi. Tag, Felix. Okay, wir verfolgen Sie wohl das Rotungssystem auf dem Schirm. Ich bin jetzt ein Schwerlosigkeitbereich. Es spricht die Regie von RTC. Bitte starten Sie Ihr Band ein. Sie sind in Kürze auf Sendung. Verstanden. Ich bin gleich so weit. Ich warte auf Euer Kommand. Ich habe mir überlegt, wir müssen etwas ändern, denn so geht es nicht mehr weiter. Ich bin jetzt ein Schwerlosigkeitbereich. Ich bin jetzt ein Schwerlosigkeitbereich. Ja, auch wenn ich damit womöglich eine politische Krise heraufbeschwöre. Ich will die Bevölkerung auf die Gefahren und den Missbrauch aufmerksam machen. Ich verstehe das ja alles sehr gut. Aber du tust gerade so, als wärst du der Einzige, der Angst vor Missbrauch hat. Da gibt es auch noch andere Leute. Vertrau ihnen. Du bist nun mal auf ihre Hilfe angewiesen. Gregor, was machen Sie da? Was sind das für Unterlagen? Geben Sie hier. Wir müssen dann was tun. Richtig schlecht sieht er aus.